Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wenn die Schilddrüse in Unordnung ist, dann ist der ganze Körper in Unordnung, sagen viele Patienten. Und in der Tat, diese innere Drüse unseres Körpers, wenn die zu viele oder zu wenig Hormone produziert oder an anderer Stelle nicht richtig funktioniert, dann hat das vielfältige Auswirkungen. Das ist unser Thema heute. Vor allem geht es auch um die Frage, wann muss man die Schilddrüse operieren und wann nicht. Bei mir ist Dr. Christian Gädertz. Er ist leitender Arzt der Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie an der Asklepios Paulinenklinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Gädertz. Ich bin gerne gekommen. Sagen Sie uns doch erst einmal, wozu ist die Schilddrüse bei uns eigentlich gut? Ja, die Schilddrüse ist eines der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers überhaupt. Die Schilddrüse ist sozusagen das übergeordnete hormonelle Organ, welches in praktisch alle Körpervorgänge in irgendeiner Form hineinregiert oder diese sogar bestimmt. Das ist die Funktion anderer Drüsen, vieler Organe des Körpers, aber auch ein großer Einfluss auf Herz-Kreislauf-Tätigkeit, auf Blutdruck. Und das sehen wir auch bei unseren Patienten sehr häufig. Es hat auch bei Fehlfunktionen einen Einfluss auf die Psyche, den wir heutzutage noch nicht genau abschätzen können. Ja, ich glaube, ohne die Schilddrüse würde der Mensch gar nicht können. Ein Leben ohne Schilddrüse ist auf Dauer nicht möglich. Viele Patienten befürchten ja, dass man relativ schnell verstirbt, wenn man seine Tabletten nicht einnimmt. Aber das ist nicht so. Es ist ein längerer Prozess. Aber auf Dauer kann man damit ohne Schilddrüse nicht leben. Das geht nicht. Welche Krankheiten kann die Schilddrüse denn bekommen? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Erkrankungen. Das sind einerseits Erkrankungen, die mit einer Fehlfunktion zu tun haben. Also mit der Frage, wie viele Schilddrüsenhormonen wird ausgeschüttet, zu wenig oder zu viel. Das ist das eine. Das andere ist die Morphologie, also die Form der Schilddrüse. Eine Schilddrüse, die sich vergrößert, die Knoten bildet, die mechanische Beschwerden macht, die zum Beispiel die Luftröhre einengen kann, kann ein Operationsgrund sein. Es ist aber häufig auch eine Kombination zwischen Funktionsstörungen einerseits und lästigen oder störenden Knoten andererseits und in sehr geringem Ausmaß, aber eben doch vorhanden, auch die Sorge, dass in einer Veränderung der Schilddrüse ein Schilddrüsenkrebs sich entwickelt. Wir sitzen ja nun hier, um darüber zu reden, wann muss man operieren und wann nicht. Also Sie als Chirurg auf endokrine Chirurgie spezialisiert. Fangen wir mal an mit dem, was vielleicht vielen Leuten so vor Augen ist, der Kropf oder auch Stuma. Muss man das operieren? Ja, es ist ja nun so, dass Patienten aus einem bestimmten Grund wegen ihrer Schilddrüse zur Untersuchung, die in der Regel beim Nuklearmediziner oder beim Endokrinologen stattfindet, untersucht werden und von diesem dann zum endokrinen Chirurgen geschickt werden. Also im Hintergrund steht immer entweder eine medizinische Indikation oder auch ein Beschwerdebild des Patienten. Und das kann gerade bei einer vergrößerten Schilddrüse natürlich Druckgefühle, Atemnot, Unwohlsein, Spannungsgefühl am Hals und auch bei solchen Patienten, die gar nicht so eine große Schilddrüse haben, aber die mechanische Irritation von einzelnen Knoten, die vorhanden sind, an der Luftröhre, bei jedem Sprechen, bei jedem Schlucken sein und im Zusammenschau mit dem nuklearmedizinischen Befund, wo man einige Annäherungen an das Stoffwechselverhalten und auch die Form eines solchen Knotens bieten kann, fällt dann gemeinschaftlich mit dem Patienten die Indikation zur Operation. Und wie viel entfernt man dann? Das hängt ja auch wieder von der Erkrankung ab. Seit den Zeiten von Theodor Kocher um 1900 herum bis, sage ich mal, in die ersten Jahre dieses Jahrtausends hinein war es bei Chirurgen so üblich, dass immer nur Teile der Schilddrüse entfernt werden. Davon ist man in den meisten Fällen völlig abgekommen, weil eine saubere, präzise anatomische Entfernung entweder der ganzen Schilddrüse oder eben halt auch nur einer Hälfte das saubere und bessere Verfahren ist. Eine Schilddrüse, die Knoten bildet, hat diese Eigenschaft auch in solchen Bereichen, die jetzt noch gesund erscheinen und es hat einfach keinen Sinn, dann Schilddrüsengewebe zu belassen und darauf zu warten, dass es nach einem halben Jahr wieder zur Knotenbildung kommt. Der Patient hat ein Anrecht darauf, dass er von seiner lebenslangen Sorge auch befreit wird. Insofern ist es meistens eine halbseitig komplette oder eine ganz vollständige für beide Seiten geltende Resektion. Aber man braucht ja weiterhin die Hormone, die die Schilddrüse eigentlich produziert. Das ist eine völlig berechtigte Frage und das ist auch das, was den Patienten sehr viel Sorge macht und ich glaube, die kann man entkräften, denn das Schilddrüsenhormon lässt sich heute in Form einer Tablette zuführen. Das ist im Prinzip keine große Sache. Der Patient nimmt eine definierte Menge Schilddrüsenhormon in Form einer Tablette morgens vor dem Frühstück ein und man kann es sehr genau messen. Im Gegensatz zu anderen Hormonen an der Antwort der Hirnanhangdrüse, die ein Hormon ausschüttet, das sogenannte TSH, das kann man messen. Das macht der Hausarzt und das reicht, wenn man das am Anfang mal in Abstanden von drei Wochen oder so misst. Dann kann man schon sehen, ob ein Patient mit 100 Mikrogramm oder 125 Mikrogramm gut versorgt ist. Es ist natürlich so, dass in der Laienpresse auch sehr vieles darüber steht, dass jemand das Schilddrüsenhormon nicht verträgt oder dass bestimmte Krankheitserscheinungen jetzt auf die Einnahme des Schilddrüsenhormons zurückgeführt werden. Da aber von der Biochemie her das synthetische Schilddrüsenhormon exakt demgleichen entspricht, was die Schilddrüse selber produziert, sind diese meistens subjektiv empfundene Nebenwirkungen durch eine andere Ursache verursacht. In der Regel ist es so, dass die Einstellung mit Schilddrüsenhormon eine problemlose Angelegenheit ist. Ja, genau. Unser Thema heißt ja, wann operieren und wann nicht. Jetzt reden wir gerade über den Kopf. Bei dieser OP, da gibt es ja sicherlich auch Risikofaktoren. Manche Menschen machen sich Sorgen um ihre Stimme. Müssen Sie das? Das ist sehr wichtig, denn die Schilddrüse liegt in einem anatomisch sehr anspruchsvollen Gebiet und insofern ist vor allen Dingen der sogenannte Stimmbandnerv, der Nervus Laryngius Recorens, der hinter der Schilddrüse verläuft und sehr eng mit der Schilddrüse verwachsen ist und dann quasi unter der Schilddrüse in den Kehlkopf eindringt und für die Funktion der Stimmbänder zuständig ist, natürlich aufgrund seiner anatomischen Lage im Operationsgebiet gefährdet. Und da kommt es jetzt eben darauf an, dass der Chirurg sich mit den Verlaufsformen dieses Nervens, mit den mikrochirurgischen Techniken diesen Nerv sorgfältig vom Schilddrüsengewebe zu trennen auskennt. Und wenn man das eben, und das ist häufig in der Medizin, das spezialisiert tut, also sehr häufig, dann sinkt die Komplikationsquote unter einem Prozent, was sehr, sehr niedrig ist. Wir wissen aus Statistiken, dass dort, wo in nicht spezialisierter Form Schilddrüsenoperationen durchgeführt werden, teilweise bis zu 15 Prozent Rekorensparesen, also Ausfälle des Stimmbandnervens vorkommen. Bei den spezialisierten endokrinen Chirurgen ist es unter einem Prozent und das ist weltweit so. Das kennen wir von unseren Kollegen in San Francisco, Hongkong und wo auch immer. Und die Gerätschaften, die Sie dazu verwenden, ist das auch so etwas wie das, was Sie uns da mitgebracht haben? Ja, ich habe für unsere Zuschauer ein Instrument mitgebracht. Das ist eine Möglichkeit, mit der man heutzutage Schilddrüsen operieren kann. Es ist eine Ultraschallschere, muss man sozusagen sagen. Die Energie zur Durchtrennung von dicken Blutgefäßen und Gewebeschichten wird in Form von Ultraschallenergie, also nicht elektrischem Strom, gebracht. Diese Schere ermöglicht ein sehr vorsichtiges, gewebeschonendes und vor allen Dingen auch sicheres Durchtrennen von Blutgefäßen und von Gewebeschichten und das Herauslösen der Schilddrüsen. Auf diese Weise ist es möglich, eine Schilddrüsenoperation ohne einen einzigen Faden oder Metallclips oder so etwas durchzuführen, wenn man mal von der Hautnaht und dem Verschluss der Muskulatur absieht. Ein sehr modernes Gerät, was ich persönlich sehr gerne einsetze und zwar standardmäßig und das seit über zehn Jahren. Man muss nicht damit operieren. Es geht auch anders, aber das ist eine der technischen Hilfsmittel, die heutzutage in der modernen Schilddrüsenchirurgie Verwendung finden. Genau, das ist das, was im Halt stattfindet, aber Sie haben ja eben auch schon die Hautnaht angesprochen. Muss man heutzutage noch damit leben, dass man richtig sichtbar eine dicke Naht auf dem Hals hat? Also ganz unsichtbar machen kann man eine Narbe natürlich nicht, aber ich profitiere so ein bisschen davon, dass ich auch 23 Jahre lang Säuglinge und Kinder operiert habe und die kinderchirurgische Naht, welches eine in der Haut verlaufende Einzelnahtreihe ist, die habe ich am Hals verwendet und die verwende ich regelhaft, sodass auch das lästige Fädenziehen entfällt und das Endergebnis der Narbe ist dann nach einem halben Jahr, so lange dauert die Wundheilung des Menschen biologisch determiniert nun mal, ist ein feiner, dünner Strich, wo man schon sehr genau hingucken muss, um den überhaupt zu erkennen. Das andere ist, dass ich bei der Operation auch Techniken verwende, um die Haut nicht übermäßig zu dehnen. In den meisten Häusern verwende man ja einen Medizinstudenten oder einen Assistenten, der meistens dem Operateur zuliebe mit relativ viel Kraft die Wunde aufhält, das mache ich nicht so. Ich verwende ein Hakenhaltesystem, wo ich mir Haken so einstelle, dass ich gerade drinnen genug sehe, aber andererseits, und da denke ich selbst bei der komplizierten Anatomie drinnen, dass die Haut nicht gedehnt wird, was ja dann nicht gut wäre für eine gute Narbenbildung. Genau. So viel also erst einmal zum Kopf. Es geht ja nach wie vor um die Frage, wann muss man denn überhaupt operieren und das ganze Prozedere mitmachen. Wie ist das denn bei sogenannten isolierten Knoten? Ist das was anderes dann? Ja, es ist letzten Endes, ich sage mal so, die Anzahl, letzten Endes kann uns immer nur der Pathologe, der Gewebespezialist nach einer Operation sagen, welche Zellen in einem Knoten oder in einer Schilddrüse drinnen waren. Das macht er mit Spezialfärbung, mit Immunhistochemie. Wir haben im Vorfeld die Möglichkeiten der Nuklearmediziner mit Ultraschall, mit Sintigraphie, mit Durchblutungsmessungen. Es gibt eine spezielle Form der Sintigraphie, das ist die Mibis-Sintigraphie. Alle diese Verfahren sind sehr wertvoll und für mich als Chirurg auch immens wichtig. Sie sind immer eine Annäherung, sage ich mal, an die Wahrheit sozusagen. Aber es bleibt, und das deutet sich ja in dem, was ich schon sage, an, es bleibt ein Rest, eine Restunsicherheit. Zusammengefasst, kein Chirurg, aber auch kein Nuklearmediziner, kein Endokrinologe kann einen Knoten davon freisprechen, nicht doch auch mal ein Schilddrüsenkrebs zu sein. Und so ist das die eine Indikation, auch wenn der Patient selber Sorge hat, dass einer seiner vielen Knoten ein Krebs ist. Oder aber, und der Verdacht ist umso höher, um auf Ihre Frage zu antworten, der einzelne Knoten bei einem, vor allem jungen Menschen, bei einem 20-Jährigen oder einer 20- bis 30-Jährigen Patientin, ist absolut verdächtig auf einen Schilddrüsenkrebs. Und da haben wir verschiedene Sorten, von denen einige doch auch nicht so besonders gutartig sind. Da muss man sofort handeln. Der einzelne Knoten ist für mich als Endokrinenschirur immer verdächtiger als eine vergrößerte Schilddrüse mit vielen, vielen Knoten, wo vielleicht auch familiär das Ganze gehäuft ist. Die Verdachtskonstellation, die macht es. Also muss man auf jeden Fall reingucken. Ja. Und Sie haben jetzt schon so häufig das Wort Krebs erwähnt. Natürlich müssen wir auch über den Schilddrüsenkrebs reden. Überhaupt ist mal die Frage, wie entdecken Sie denn, dass es nun einer ist? Auf jeden Fall muss man reingucken hier offenbar. Ja, es ist so, wie ich schon sagte, im Wesentlichen hilft uns der Pathologe da weiter so. Und der endokrinische Chirurg kann sich nur auf die sogenannten mit dem Auge makroskopisch erkennbaren Tumorzeichen verlassen. Wir haben, je mehr Schilddrüsen man operiert hat in seinem Leben, umso mehr hat man ein Gefühl und auch ein gewisses Feedback dafür, ob dieser Knoten, der relativ derb und hart war, jetzt ein Krebs war oder nicht. Es gibt so ein paar Zeichen, wo man, Sie können es auch ein Bauchgefühl nennen, was der endokrinische Chirurg hat. Ich habe schon so viele Krebse vermutet und dann auch entsprechend operiert, was mir dann hinterher der Pathologe bestätigt hat. Aber das Häufigere ist eigentlich, dass der Pathologe uns in einer Schilddrüse, die wegen Knoten, wegen Größe, wegen Funktionsstörung operiert wurde, irgendwo einen Knoten als papilläre Schilddrüsenkarzinom klassifiziert, von dem vorher niemand gewusst hat, obwohl das jahrelang, wie das so schön heißt, kontrolliert wurde. Das ist der häufigere Fall. Wenn Sie da, ich nehme mal an, dass Sie dann auch da die gesamte Schilddrüse entfernen werden. Also die Indikation richtet sich sicherlich nicht nach dem Motto, ich lege mal frei und gucke, wie es aussieht, sondern es richtet sich nach den nuklearmedizinischen Befunden, die wir im Vorfeld haben. Auch ich selber mache ja bei jedem Patienten einen Ultraschall. Wenn es eine vergrößerte Schilddrüse mit Knoten ist und oder Funktionsstörung oder so, dann verständige ich mich mit dem Patienten eben vor einem sehr ausführlichen Aufklärungsgespräch, was meistens eine halbe Stunde dauert, was aber auch wichtig ist, darauf, dass wir die Schilddrüse dann komplett entfernen. Dann wird sie entfernt. Und wenn ich zusätzlich noch das Gefühl habe, dass dort ein Krebs ist, weil zum Beispiel eine Kapsel durchbrochen ist, dann werde ich zusätzlich noch die Lymphknoten entfernen, die um die Schilddrüse herumliegen. Damit ist der Patient mit einem Schlag adäquat behandelt und muss eigentlich in einzelnen Fällen nur noch mit einer Radiotherapie versorgt werden. Er ist geheilt. Und das ist das Entscheidende. Der Schilddrüsenkrebs ist insgesamt sehr, sehr selten. Aber in so einer spezialisierten Abteilung, wie ich sie leite, sammeln sich natürlich Patienten mit Schilddrüsenkrebs. Und der Einzelfall ist ja das Entscheidende. Aber das Gute und die gute Nachricht ist einfach, wir können die meisten Schilddrüsenkrebser heute durch Operationen und auch gegebenenfalls in Kombination mit einer anschließenden Radiotherapie absolut heilen. Also kommen auch nicht zurück, kommen auch nicht an anderer Stelle des Körpers wieder. Grundsätzlich, das ist möglich. Aber mit den heutigen Techniken und mit den heutigen Möglichkeiten der Diagnostik ist das ein absoluter Ausnahmefall geworden. Also es hängt auch ein bisschen vom Stadium eines Schilddrüsenkrebses ab. Aber auch selbst wenn schon eine Streuung in die Lymphknoten vorliegt, haben wir immer noch Heilungschancen von 60 Prozent. Und das sind Zahlen, die auf die letzten 30 Jahre zurückgehen, wo noch nicht so sorgfältig präpariert wurde. Und sodass wir also hoffen können, dass die Zahlen, die vielleicht in 20 Jahren erhoben werden, noch weitaus besser sein werden. Das sind ja noch nicht alle Krankheiten, die die Schilddrüse befallen können. Ich habe hier noch zwei. Das eine ist die Basedo-Krankheit, die man den Menschen ansieht. Das andere die Schilddrüsenautonomie. Sagen Sie uns was zum Basedo. Muss man operieren? Ja, also der Morbus Basedo ist, sage ich als Nichtbetroffener, aber als Chirurg, der die Patientinnen und Patienten, meistens sind es Frauen, sieht, ist eine ganz schreckliche Erkrankung, die praktisch die Leute völlig aus dem Gleichgewicht bringt, jahrelange Phasen von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, Unwohlsein. Manche möchten gerne Kinder kriegen und kriegen sie nicht alles, weil diese massive Überfunktion, die bei einer Basedo-Erkrankung besteht, wie schon anfangs gesagt, auch negativ in alle Körpervorgänge hineinregiert. Es ist auch eine psychische Instabilität. Die Leute haben Herzrhythmusstörungen, sie haben Durchfälle, sie haben Haarausfall. Und das Ganze kommt dadurch zustande, dass sich das eigene Immunsystem irrtümlicherweise gegen Bestandteile der Schilddrüsenzelle wendet, was diese, vereinfacht gesprochen, mit einer massiven und quasi nicht beeinflussbaren Überfunktion beantwortet. Und es gibt verschiedene Therapiewege. Man wird immer versuchen, das medikamentös zu behandeln. Das ist auch mir als Endokrinenschirurg richtig. Diese Krankheit hat es aber an sich, dass, wenn man dieses Medikament, diese Schilddrüsenbremsenden Medikamente absetzt, dass sie in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Das ist also eine schubweise verlaufende Erkrankung. Und wenn das passiert, dann schicken die Nuklearmediziner die Patienten zur Operation. Es gibt alternativ auch die Radio-Jod-Therapie, wo die Patienten in einer abgeschlossenen Einheit radioaktives Jod zugeführt bekommen, was die Schilddrüse lahmlegt. Man hat aber den Eindruck, und da gibt es auch Studien für, dass Patienten, die operiert werden, wo also das Zielorgan dieses falschen, irregeleiteten Autoimmunprozesses entfernt wird, dass die mehr davon profitieren und beschwerdeärmer sind nach der Operation als nach einer Radio-Jod-Therapie. Und das gilt ganz besonders für solche, die eine Beteiligung der Augen, dieses ist ja das Typische bei der Basel-Do-Erkrankung, die Gott sei Dank bei allen Basel-Do-Patienten vorliegt, aber sehr vielen, diese Patienten profitieren eindeutig mehr von der Operation. Und gilt das auch für die Schilddrüsenautonomie? Die Schilddrüsenautonomie ist genau das Gleiche. Es sind häufig mehrere Knoten. Die kann man natürlich auch durch Radio-Jod-Therapie lahmlegen, aber meistens ist dabei eine vergrößerte Schilddrüse. Also die Knoten sind eventuell auch mechanisch tastbar. Sie werden ja durch die Radio-Jod-Therapie nur stoffwechselmäßig stillgelegt, aber nicht entfernt. Sie schrumpfen etwas und das kann ja auch im Einzelfall auch ganz gut sein. Aber wenn ein Patient, sage ich mal, sein Schilddrüsenproblem von beiden Seiten, von der Morphologie, also von den Knoten und der Vergrößerung und auch der Fehlfunktion loswerden will, dann kann man sich zur Operation entschließen. Und dann ist das auch aus meiner Sicht meistens in solchen Fällen die bessere Lösung. Vielen Dank, Herr Dr. Geders, für diese Übersicht über die Schilddrüsenkrankheiten. Wir sehen uns wieder auf www.erstlebios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube.